ja hallo Leute wieder zu meinen neuen Video es gab ein bisschen Probleme müssen muss ich das neu machen um wir sind hier gerade in Tschechien ein paar Leute wollen nicht drauf sein aber den einen dem brauche ich ja nicht von oben filmen und gar nicht von unten von Tisch filmen ja ja da ist noch eine da ist auch noch einer ja ich verstehe auch Spaß ähm Schrecken ist auch sehr schön muss ich auch sagen da so ein Fernsehen dann Bilder weil wir sind ja noch nicht mal in Polen sondern dann steht in der Schrank wo alles drin ist ähm wir haben heute mal die Tue zugeschlossen weil heute die erste Nacht ist ähm ja ja und zwar wollte ich euch sagen wenn ihr irgendwann mal in Urlaub seid oder so wo Polen mit sind bitte schließt die Türe zu weil Polen die klauen ähm lassen den Schlüsselsekerzeiger im Grunde weil falls es brennen sollte dass wir da raus können ähm ja bitte ähm schreibt in die Kommentare was ihr davon hält ähm wie schön das hier ist ob ihr schon in Tschechen wart oder ob ihr da noch nicht wart ich kann euch noch erzählen wie es hier ist weil ähm ja also dann sage ich tschüss und schreib was in den Kommentaren ähm ja